Mein Name ist Caroline Klos, ich bin 30 Jahre alt und fliege seit siebeneinhalb Jahren als Flugbegleiterin für Lufthansa. Ich bin seit fünf Jahren im PR-Team, habe in dieser Zeit viele tolle Events miterleben dürfen. Unter anderem durfte ich 2014 die deutsche Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft nach Brasilien fliegen. Ich war vor zwei Jahren auch für den Siegerflieger eingeteilt, konnte aber aufgrund einer anderen Verpflichtung den Flug nicht antreten. Was natürlich gerade mit dem Götze-Tor sehr enttäuschend für mich war und jetzt bin ich sehr glücklich, der deutschen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in Frankreich noch mal persönlich viel Glück zu wünschen. Ja, hier hat soeben das sehr ausführliche Briefing für den morgigen Flug stattgefunden, deswegen bin ich auch noch nicht in Uniform. Ich werde mich jetzt langsam auf den Heimweg begeben, alles bereitlegen für morgen, die Uniform raushängen, meine Schuhe noch mal polieren und ja, so langsam steigt die Aufregung. Ich glaube, es wird ein sehr schöner, aufregender Tag morgen. Ja, hier schick aus, oder? Ja. 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 Hansa 342, Calltowner 12485, Jontri, Glückens, Frankreich. Hansa 342, wir geben es weiter, Tower 12485, schönen Tag noch, ciao!